Gut, ihr seht hier, der Patrick hat den Plakat schon in der Hand. Auf dem Plakat steht ein Tier drauf. Was wir jetzt von euch möchten, wenn der Patrick das Plakat hochfällt, ist, dass ihr dieses jeweilige Tier nachhamt. Also die Bewegung, laufe von euch wird einfach mal im Raum frei rumlaufen und diese wirkliche Bewegung vom Tier nachhamt. Als erstes Spieler werden dann die Katze. Kont腔werk. Wie ist das?